Hallo, heute ist Donnerstag, der 20. August 2020. Aufgrund der aktuellen Situation, dass meine Freundin N. zurzeit im Krankenhaus als Notfall ist und der damit entstehenden Kosten, will ich einfach mal reflektieren zum Thema Krankenversicherung im Ausland. Wie ist das, wenn man im Ausland eben ist als Auswanderer, wie ist das mit Krankenversicherung? Ja, das ist ein schwieriges Thema, denn in Deutschland ist es halt so, wir haben gesetzliche Krankenversicherung. Wir gehen zum Arzt, wir gehen ins Krankenhaus, wir sind gesund, wir werden nie eine Rechnung sehen. Und daher ist auch einem Normaldeutschen eben nicht bekannt, welche Kosten anfallen. N. ist jetzt seit drei Tagen im privaten Krankenhaus als Notfall mit einer Nierenentzündung. Sie bekommen täglich Antibiotika, es werden täglich Blutuntersuchungen gemacht, ob die Infektion zurückgeht. Und nach drei Tagen mit Notaufnahme, CT-Scan, Ultraschalluntersuchung sind bereits Kosten von 2000 Euro angefallen. Jetzt kann man sagen, das ist ein privates Krankenhaus. Vergleichen wir das einfach mal mit Deutschland und der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung, dann wären ihr als gesetzlich Versicherter jetzt vielleicht 700 Euro an Kosten entstanden. Aber sie ist noch nicht entlassen. Sie muss noch eigentlich eine Woche oder länger im Krankenhaus bleiben, bis eben diese Infektion weg ist. Als gesetzlich Krankenversicherter in Deutschland würde ich mal annehmen, würde sie am Ende eine Rechnung bekommen von vielleicht drei bis viertausend Euro. Diese Rechnung würde sie aber als gesetzliche Krankenversicherter einfach nicht sehen und sich freuen, dass sie gesund ist. In Deutschland ist es eben aber auch so, dass ihr ja mitbekommt, die Zusatzleistungen, die eben anfallen, werden immer mehr, weil halt die Regelleistungen zurückgefahren werden. Ja, und von daher merken eben auch normale Deutsche langsam, dass, sorry, I'm live streaming in 10 minutes, that was, das war unser Freund, der hier im Haus mit uns wohnt. Ja, wie gesagt, wenn in Deutschland die gesetzlich Versicherten immer auch eine Rechnung bekämen, die sie mit ihrer Krankenversicherung abrechnen, dann würde sich das Versicherungssystem in Deutschland innerhalb weniger Minuten ändern, weil dann würden den Leuten die Augen aufgehen, was an Kosten anfallen. Hier ist es so in den Philippinen, es gibt natürlich auch Versicherungen, die man haben kann, die sind aber eben genauso teuer. Die staatliche Phil-Health-Versicherung, die ich für meine Freundin N. seit sechs Jahren bezahle, die übernimmt eben nur geringen Anteil, sprich Regelleistung. Üblicherweise hier ist es so, dass alles, was ich ambulant beim Arzt mache, muss ich komplett selbst bezahlen. Da zahlt keine Versicherung. Erst wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann zahlt die Versicherung. Da gibt es dann eben Fallpauschalen, die übernommen werden. Es gibt natürlich die Unterschiede öffentliche Krankenhäuser, gesetzliche, private Krankenhäuser. Der Unterschied liegt vor allem darin, dass in den öffentlichen Krankenhäusern, die werden vom Staat bezahlt, die Ärzte eben auch für ihre Leistungen vom Staat bezahlt werden. Dadurch sind natürlich die Kosten niedriger. Gehe ich in ein privates Krankenhaus, muss ich den Arzt für alles, was er macht, bezahlen. Deswegen sind die Kosten doppelt bis dreimal so hoch. Problem ist eben, dass die öffentlichen Krankenhäuser völlig überfüllt sind. Weil da geht jeder Filipino hin, weil die einfach eben nicht das nötige Geld haben. N haben wir eben ins private Chonghua geholt. Und gestern war sie immer noch auf Wartelisteposition 32, um ins öffentliche Vincenzo Soto verlegt zu werden. Da könnt ihr euch einfach überlegen, Wie lange wird es wohl dauern, bis sie auf der Warteposition zur Verlegung ist, wenn eben noch 31 Leute vor ihr drin sind? Das sind eben Überlegungen, die muss man anstellen und eben bei einem Notfall entscheiden. Ich war jetzt heute in der Klinik und habe mir die Rechnung zeigen lassen und bin erst mal auch hinten aus den Latschen gekippt und habe direkt angerufen, dass eben die Ärzte jetzt sie morgen nach Hause entlassen. Entgegen dem ärztlichen Rat. Das muss ich morgen unterschreiben, dass ich sie eben entgegen ärztlichem Rat aus der Klinik nach Hause hole. Aber sie bekommt Antibiotika. Das habe ich nachgegoogelt. Die kann man auch als Tablette schlucken. Da ist also keine intravenöse Injektion für notwendig. Die Blutuntersuchung, ja, klar, da muss ich dann eben alle ein, zwei Tage zum Labor die machen lassen. Unterm Strich entstehen aber weniger Kosten. Sie wird sicherlich die nächsten ein, zwei Wochen eventuell länger Antibiotika brauchen. Ja, aber das muss ich bezahlen, dass die Pharmaindustrie eben gerne teure Medikamente an den Mann bringt und die Preiswerten eben, ja, nicht gerne verkauft. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Das ist bekannt. Und da gibt es dann eben nur Möglichkeiten, wie man eben sich da, ja, verhalten kann. Hier im Ausland ist es eben so, natürlich gibt es Generikas, aber es ist leider auch so, dass diese Generika hier im Ausland nicht so gut getestet sind wie in Deutschland. Ich habe das selber mitgekriegt, dass ich generische Medikamente versucht habe mit dem Ergebnis, die sind unwirksam. Das sind billige chinesische Kopien, sagen wir es ganz offen und ehrlich. Aber die werden hier ganz normal in der Pharmacy verkauft. Man kann Glück haben, nach einer Zeit findet man raus, welche Generika wirklich gut sind, welche Generika schlecht sind, aber das braucht Zeit. Und das, denke ich mal, ist in vielen außereuropäischen Ländern so. Also wer auswandert ins Ausland, der muss das Thema Krankenversicherung wirklich recherchieren. Denn in einem Notfall zählt nur Geld. Wer Geld hat, ist gut dran. Wer kein Geld hat, ist tot. Wenn Anne mich nicht hätte, das war eben eine Frage in den Kommentaren auf Facebook, was wäre denn, wenn sie diese Nierenentzündung so hätte? Ja, wenn sie Glück hätte, dann würde vielleicht das Social Security System zahlen. Aber da ist sie eine von Millionen Filipinos, die das in Anspruch nehmen. Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich würde sie in diesem Fall an einer Nierenentzündung sterben. Sie wäre wahrscheinlich irgendwo in der Provinz. Bis zum Krankenhaus ist es erst mal weit. Da aufgenommen zu werden, die Medikamente zu kriegen, ist schwierig. Gerade jetzt mit der Virussituation. Ein Großteil der Filipinos stirbt einfach. Und dann, sage ich mal, sind die Kosten für eine schöne Beerdigung mit ungefähr 400 Euro auch deutlich niedriger als eben Kosten für ein Krankenhaus. So ist es eben. Viele Familien nehmen alte, gebrechliche Leute aus dem Krankenhaus raus und wissen, die sterben zu Hause. Das ist eben so. Und das ist die Realität. Damit mag sich vielleicht ein Deutscher, ein Westeuropäer nicht anfreunden. Aber wer ins Ausland geht, der muss das eben einfach so sehen. Das ist die Realität. Die Welt ist grausam. Und wenn ich sehe, hier auf den Straßen Verkehrsunfall, keiner hilft, weil die Menschen eben keine erste Hilfe kennen. Sie stehen da rum, sie wissen aber nicht, was sie tun. Und der Motorradfahrer verblutet in den nächsten Stunden, bis dann mal die Ambulanz kommt. Und wenn er dann nach Stunden im örtlichen Hospital ankommt, dead on arrival. So ist das eben. Er hätte gerettet werden können, hätte vielleicht jemand ihm die offene Beinwunde abgebunden. Hätte, hätte, Fahrradkette. Und deswegen, ich kann nur sagen, wenn ihr ins Ausland geht, macht euch schlau, was Krankenversicherungen kosten. Und im Ausland könnt ihr euch nur privat versichern. Gesetzliche Krankenversicherungen gibt es eben nicht. Das heißt, ich habe eine private Krankenversicherung, für die zahle ich derzeit im Jahr 3.500 Euro. Das Geld muss ich haben. Ich bin 55. Bis ich 65, 75 bin, ist die Prämie wesentlich höher. Kann ich mir das dann noch leisten? Wovon soll ich das bezahlen? Das sind alles Fragen, die ihr euch heute stellen müsst, für 10, 20, 30 Jahre in der Zukunft. Habt ihr Familie, Frau, Kinder? Wollt ihr die mitversichern? Wer soll das bezahlen? Oder ihr sagt ganz einfach, und den Fehler machen eben viele am Anfang, ich brauche keine Versicherung, ich bin gesund, mir wird schon nichts passieren. Dann hast du eine Freundin, hast mit dir ein Kind, vielleicht hast du die einfache Versicherung, die vielleicht ein paar hundert Euro im Jahr kostet. Und dann hat das Kind einen Unfall und die Folgekosten sind einfach hoch. Oder das Kind bekommt halt Krebs, kann passieren. Wir hatten eine Kassin, die war 23, als sie einen Schlaganfall hatte. Ja, dann entscheidest du. Ich habe eine kleine billige Krankenversicherung, aber die zahlt nicht für mein Kind. Ich brauche jetzt jeden Monat ein paar hundert Euro monatlich für die Krebsmedikamente, für das Kind. Was wollt ihr machen? Habt ihr das Geld? Und das sind Fragen, die mich eben auch angehen. Deswegen habe ich auch die GoFundMe-Kampagne gestartet, um eben ein wenig Geld zu erbetteln, könnte man sagen. Aber unterm Strich, wir Auswanderer helfen uns auch gegenseitig. Es ist nicht so, dass jeden Tag ich Geld spende an andere. Aber wenn halt Not am Mann ist, wir helfen uns gegenseitig. Sei es mit Informationen, wo man was günstig kriegt, sei es eben auch mit Geld. Ja, so ist das. Anders geht es nicht in der Welt. Und das merkt ihr auch in Deutschland und in Westeuropa immer stärker, dass eben der Sozialstaat dort auch am Ende ist, so wie er hier eben in den Philippinen am Anschlag ist. Und deswegen kann ich euch wirklich nur raten, macht euch schlau. Habt Freunde. Ich bin froh, dass eben Freunde jetzt hier bei uns leben. Viele würden sagen, ich habe eine Freundin, mit der lebe ich alleine. Jetzt ist halt Viruszeit. Wir sind seit März eben mit Viren, mit Corona halt hier zu tun. Und unser Freund Pipes, der hat es nicht mehr geschafft, zurück zu seiner Familie, eben in die Provinz zu kommen. Er konnte damals wegen der ganzen Lockdowns nicht ausreisen, weil er keine Reiseberechtigung, also Travel Permit bekam. Er könnte es jetzt versuchen, aber wenn er halt Cebu City verlassen will, braucht er eben trotzdem weiter einen Permit. Dauert halt, ist Aufwand. Und auf der anderen Seite, ich bin froh, dass er jetzt eben zur Zeit bei einem Krankenhaus ist. Er kann Wasser kaufen, er kann Besorgungen machen, was sie ja nicht kann. Wenn er nicht wäre, müsste ich bei ihr im Krankenhaus sein. Aber ich muss mich eben auch um mein Resident Visum kümmern. Wir hatten geplant, jetzt umzuziehen. Naja, so ein Notfall, der kommt halt immer ungelegen. Den kann man ja auch richtig einplanen und sagen, wir ziehen um und es wird nichts passieren. Ich bin vor sechs Jahren ausgewandert. Hast du denn die Virus-Epidemie in 2020 nicht kommen sehen? Ja, klar. Das sind alles diese Hätte-Hätte-Fahrradkette-Überlegungen, wo ich sage, lasst es sein, es bringt nichts. Man kann solche Überlegungen nicht machen. Man kann vernünftig vorausplanen. Ich habe geplant, 1.500 Euro zum Leben im Monat zu haben. Ich muss jetzt nach sechs Jahren eben auch sehen, langfristig könnte es eng werden. Deswegen starte ich jetzt auch meinen YouTube-Channel. weil, wenn ich den jetzt ein, zwei Jahre lang sauber betreibe, werde ich vielleicht 100 oder mehr Euro jeden Monat von YouTube bekommen. Einfach so. Und das sind dann eben auch auf ein paar Jahre in die Zukunft gerechnet, wieder ein paar tausend Euro Einnahmen. Damit kann ich dann aber jetzt aus meiner Erfahrung euch hoffentlich helfen. Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ich weiß nicht, wie sich mein YouTube-Channel entwickelt. Ja, ich weiß nicht, was in fünf Jahren kommt. Vielleicht kommt nach Corona die Alien-Invasion. Puh, aber da bin ich jetzt nach sechs Jahren Filipino genug, um halt zu sagen, so what? Es gibt immer Fallbacks. Ein Fallback, ich hatte ja gesagt, wir planen umzuziehen, weil ich halt einfach sehe, das kleinere Haus spart mir jeden Monat 250 Euro. Ich spare langfristig jedes Jahr 3000 Euro allein an der Miete. Und dafür schränke ich mich eben etwas ein. Aber mein Geld reicht langfristiger und ich kann die nächsten fünf bis zehn Jahre erst mal wieder sehen, dass ich über die Runden komme. Und eben mir, bis ich dann irgendwann mal in Rente gehe, eben ein gutes Leben leisten kann. meine Rente kommt mit 67. Ja, das ist in zwölf Jahren. Und wer weiß, wie die lieben Politiker in den nächsten zwölf Jahren die Rentenanpassungen machen. Vielleicht kriege ich gar keine Rente mehr. Weiß ich das? Und eben aus diesem Aspekt heraus sage ich mir eben auch, wie viele Filipinos, wirklich, ich lebe heute. Und was morgen ist, ist ein anderer Tag. Und die Mentalität am Anfang ist wirklich schwer zu verstehen. Man kommt nicht dahinter. Auf der anderen Seite, nach sechs Jahren Philippinen kann ich sagen, es hilft ungemein, ab und zu wirklich so zu denken und zu sagen, komm, ist egal, ich mache jetzt heute Schluss und schau, wie es morgen ist. Ja, wie gesagt, wenn ihr auswandert, denkt an die Krankenversicherung. Das ist wirklich ein Punkt, der euch langfristig das Bein brechen kann. Denkt daran, wie könnt ihr im Ausland Geld sparen? Eine Möglichkeit für mich ist immer noch, ich bin 55, wieder arbeiten zu gehen. Die Idee, die ihr jetzt vielleicht habt, ja, kommt zurück nach Deutschland. Ich bin 55. Glaubt ihr, ich kriege in Deutschland einen Job, der mir 1500 Euro netto zum Leben zahlt? Ich glaube es nicht. Und deswegen sage ich mir, ich plane derzeit für die nächsten Jahre, sollte sich in den nächsten drei, vier, fünf Jahren die Situation nicht wirklich verschlechtern, ist alles gut. Aber ich habe immer noch die Rückfallmöglichkeit, nach Manila umzuziehen und dort eben als Deutschsprachiger im Callcenter oder im Support zu arbeiten, denn Leute werden dort immer wieder gesucht. Und da habe ich eben als Deutschsprechender im Ausland bessere Chancen, einen Job zu finden, der mein Leben hier dann auch einigermaßen finanziert, als in Deutschland. Wenn ich im Callcenter arbeiten kann, dann verdiene ich so circa 60.000 Peso, das sind etwas über 1.000 Euro. Das klingt im Vergleich zu Deutschland wenig, aber der normale Arbeiter, der einfache Angestellte hier, der hat, wenn er Glück hat, 30.000 Peso. Das heißt, ich hätte dennoch ein gutes Leben. Ich bin auch gewohnt, dass es eben nicht so luxuriös sein muss. Ich habe mich angepasst. In Deutschland könnte ich mit knapp über 1.000 Euro, würde wahrscheinlich schwierig werden, gerade wenn ich älter werde. Hier geht es noch. Plus, es ist hier wesentlich flexibler. Und langfristig gesehen, wenn alle Stricke reißen, sterben muss ich so oder so. Also auch in Deutschland. Ich habe aber bei meinem Vater eben gesehen, wie es ist, in Deutschland als armer Mensch zu sterben oder eben als alleinstehender Mensch zu sterben. und das möchte ich mir nicht antun. Dann ist es schon besser, ich fahre meine Ausgaben auf das absolut Minimum zurück, lebe mit Anne bei ihrer Familie in der Provinz und bin dort dann aber von 10, 15 Leuten umgeben, die sich auch um mich kümmern, weil sie mich respektieren. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist immer noch besser als ein Leben in Einsamkeit oder alleine in Deutschland ohne viel Geld. Und das war ein Grund, warum ich ausgewandert bin. Andere Gründe werde ich in einem später folgenden Video auch noch darlegen. Heute mache ich jetzt mal Schluss in 20 Minuten. Ich hoffe, es öffnet einigen von euch die Augen, denn viele scheitern an solchen Sachen und ich hoffe, ich scheitere nicht, aber ich bin jetzt erst sechs Jahre ausgewandert und hoffe, in sechs Jahren euch weiter mit Informationen helfen zu können. In diesem Sinne, bleibt gesund und abonniert meinen Kanal, denn ich brauche jeden Subscriber und jede Minute, die ihr übertragen wird, um Geld zu verdienen. Ja, das ist wenig, das wäre so die Möglichkeit, wie ihr eben YouTubern zu Geld verhelfen könnt, abonnieren und jeden Tag die Livestreams und die Videos gucken. Ja, okay. Tschüss, macht's gut, bis morgen.